An einem Udineser. Udinser? Das ist eine gute Frage. Udinacher? Udinese? Ich weiß. Ithaca. Oh, Italiener. Italiener meintest du doch sicher. Ja, weil der Ithaca ist ja auch keine Beleidigung. Ich mag alle Italiener. Ich mag auch Italiener. Und auch die Noten. Besonders den Kapitän Lassagne. Lassagne. Den mag ich. Die Pässe zu chippen. Das ist mehr Glück. Die Wasserschlacht. Von Alltag. Von Alltag. Von Alltag. Udinese? Große Schlachten geschlagen worden. Nein, wir verlassen jetzt nicht unser sonst so hohes Niveau und unser sonst so niedriges Niveau. Hallo zusammen. Ich habe dir mitbekommen, was gestern und heute medial über mich berichtet wurde. Und mir ist es wichtig, ein paar Dinge richtig zu stellen. Es stimmt, dass es beim Vorbereitungsspiel des BVB gegen Udinese zu Aussagen gekommen ist, die ihn nicht in Ordnung waren. Es ist auch korrekt, dass es gegen Ende des Spiels durch mich zu einer Stimmenimitation Adolf Hitlers gekommen ist. Das war ein dummer Versuch, witzig zu sein. Und der war völlig unangebracht. Ich bin nicht frei von Fehlern. Und das war klar so einer. Und deshalb möchte ich mich dafür in aller Form entschuldigen. Ich habe unseren Zuhörern und dem Verein bereits im Anschluss daran und vor den ganzen Schlagzeilen mitgeteilt, dass ich daneben der Spur lag, völlig übers Ziel hinausgeschossen bin und so etwas hoffentlich nicht noch einmal vorkommt. Was mir aber extrem wichtig ist. Ich habe mich mit keinem Wort fremdenfeindlich geäußert. Auch nicht mit dieser Stimmenimitation. Das wurde von einigen, von diversen Medien so dargestellt und ist absolut falsch. Bis zum nächsten Mal.